Ja, da kommt es, äh, ein Hund, der uns seit wir losgegangen sind, verfolgt hat. Vor ein paar Minuten, als wir unten gewartet haben, hat er jämmerlich gefällt und hat wieder geschaltet und wir haben eigentlich vermutet, er holt uns nicht mehr ein, aber, hier ist es, herzlichen Glückwunsch, äh, ja, was ist das, du bist so krass, du hast es geschafft, die Anatomie vor allem. Der ist wirklich toll, der hat keine Beine. Er ist immer noch da, am Ende der Nacht, bei minus 10 Grad. Nein, da tut er sich ab, da kämpft er. Aber stuhr, stuhr bis zum Besuch, am besten, links bis vorwärts. So, und jetzt gehen wir weiter. So, und jetzt gehen wir weiter. So, und jetzt gehen wir weiter.